Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play for Me und zwar dieses Mal wieder aus dem Südheimer Projekt. Einen wunderschönen Mittag wünsche ich euch. In der letzten Folge sind wir ja beim Kartoffelernten stehen geblieben und haben die Zuckerrübenernte beendet. Ja, ich weiß, das ist nicht sauber geerntet, aber ich habe jetzt langsam keine Lust mehr. Jetzt wollen wir das einfach unterarbeiten und ein frisches Ansehen. Also, was wir jetzt noch ansehen werden. Ich glaube, da werden wir Mais und Sen haben wir es schon einmal in den vorigen Dings gesagt, in den vorigen Videos. Mais brauchen wir ja für die Schweine. Äh, ja, 50 Prozent. Dafür brauchen wir jetzt dann eine Seetechnik oder kommen wir sowas? Ja, aber mit drei Metern, du wärst ja alt. Aber naja, was will man auch. Ich hoffe, dass ich es direkt satt. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Glas da, aber davor muss ich noch kurz was umstellen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. So, jetzt muss ich kurz nochmal schauen. Ja, jetzt wird es, glaube ich, passen. So. So, jetzt stellen wir den einmal auf den Hof, lassen wir den aus. Und dann schauen wir weiter. Dann werden wir wahrscheinlich uns den anderen schnappen. Jetzt sind wir, glaube ich, genug Zucker rüben. Das hat ja nicht so viel Aktivität oder, ja, so viel Kraft wie der Mais, der hat ja 50 Prozent. Aber ja, das war ja schon Standard auf dem Platz. Und das macht er jetzt. Jetzt werden wir das wahrscheinlich da zurückstellen, da wo der Ladewagen drin ist. Und dann schauen wir uns da weiter, was wir noch zu machen haben. Aber jetzt steht einmal anders anzusehen. Das geht sich genau nicht aus, oder? Boah, ganz knapp. Oh, halt. Das war gut, der Fakt ist am Start. So, dann stellen wir den da schön her. Ja, ich weiß, ich fahr's nicht so schön mit der Tastatur. Aber ich hoffe, ich kann in Zukunft dann jetzt... Ich habe schon alle gerade, aber ich hoffe, das wird sich in Zukunft dann einmal ausgehen mit dem Zuspiel. Aber das sollte halt noch ein bisschen dauern. Und ja, schreibt so gerne einmal in die Kommentare, ob ihr auch mit Lengraut spielst oder auch mit Nassatur. Das wird mal... Lass mal den mal impressieren. Und jetzt schnappen wir uns den Kollegen da. Saatkut haben wir ja da hinten zur Kaufstelle. So, drei Meter. Mais ist schon eingestellt, das passt perfekt. Dann fahren wir einmal da hinten runter. Verlade da. Optionen, weiß ich nicht mehr, wo was war. So, da haben wir irgendwas da. Es sind gut unten. So, starten. Wow, 53 Euro. Also, wow, da geht wieder viel rein. Oh mein Gott. Ah, das wird auch Spaß finden. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einmal da eine Spur. Schauen wir einmal, ob das direkt seit ist. Ich rufe mir drinnen, dass wir da proben, doch. Na, das ist keine Direktzahl. Eieiei. Dann lassen wir den Kollegen einmal stehen da. Und holen wir uns einmal an die Puker. Hier, drei Meter. Und dann schnappen wir uns den Kollegen, doch. Und dann fahren wir einmal dort hin, den wir beim Händler holen. Es wird sich ja immer innen und sich gewünscht. Und das versuche ich ja zu machen. Aber manchmal vergiss ich ja drauf wieder. Und manchmal ist es da innen und sich nicht so schön. Aber naja, ich weiß, was ich gesagt habe. Aber so geht es ja wieder. Die Map können wir zumachen, weil ich weiß schon nicht, wo wir hin müssen. So, jetzt müssen wir uns da ankuppeln. Beim Zwick. So, der Land. Dann schauen wir mal. So, dann müssen wir den wahrscheinlich reparieren wieder. Aber wir haben ja ein paar tausend Euro gespürt. So, reparieren. Zack. Also, das war jetzt der Traktor. Okay. Außen Trigger rauszufallen. Mann. So. Aber jetzt gar nicht geht's. So, dann steigen wir am Aus. Dann tun wir den einmal reparieren da. So. 70 Euro. Das geht. So, hängen wir den wieder an. So, dann geht es da hin. Zack. Dann geht es auch mal zum Falten 9, glaube ich ist das. Na, Feld 10. Entschuldigung. Und, ja. Dann können wir schon einmal mit Kursplay anfangen dazu. Tiefen lockern. Wow. Wow. War künstlich sein am Start. Die Hose sind auch zu spülen. Tut mir leid, aber ist so. Aber naja. Ich weiß es trotzdem. Aber wir können ja nicht vorspülen, weil der ist noch am Ernten. So, den können wir. So, dann nochmal dort einmal Feldarbeit. Zack. Kurs generieren. Feld 10. Wie gesagt. Quarkwände. Vier Bahnen. Generieren. So. Was war das jetzt? Feld 10 war das. F10. Tiefen lockern. So, dann würde ich sagen. Was ist das? Viel Spaß würde ich sagen. Wo ist denn der Aufwandspunkt? Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Der braucht 18 Minuten. Ich werde sie, glaube ich, bis zum nächsten Video ausgehen. So, da ist hier der Linkfang. Sorry, falsche Tassen. Was macht denn der Herr Kollege da? Hä? Wo ist denn du? Wofür ist denn du? Mann. Mann, ich habe den vor. Mann, 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 du. Mann, Mann. Der ist jetzt umsonst gefahren, ich glaube. Ei ei ei. Schauen wir mal kurz was die ihre brauchen, die brauchen nix. Das ist quasi ein Agleful. Und dann passt das. Ich selber meine Namen. So. So, dann wollen wir mal laufen. Jetzt aber müssen wir da. Wo fährst du noch hin, mein Kollege? Ja, lassen wir ihn einfach machen. Wird er schon machen. Und dann würde ich sagen, Speihammer mal kurz. Und dann war's das so. So, jetzt schauen wir kurz einmal. Der ist da. Der kommt jetzt an da. Und die zweite. Ja. Aber das war jetzt nicht so eine spannende Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst so gerne eine Bewertung durch. Schreibt es dann in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.